Hey Leute, heute animieren wir Zahlen. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder ein bisschen was Richtung Fortgeschrittene. Und zwar werden wir Zahlen animieren. Ihr kennt hier wahrscheinlich alle so Zahlenschlösser, wo sich Zahlen so nach oben drehen, bis man die richtige Kombination gefunden hat. So was werden wir heute bauen, nur für quasi Veränderung einer Zahl. So was, wenn man zum Beispiel einen Preis hat, man fügt irgendetwas hinzu und addiert etwas auf eine Zahl drauf und erhält das Ergebnis. Und das wollen wir animieren. Was heißt einfach, so eine Art Zahlenanimation ist ziemlich cool, allerdings nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Und wir werden das in Zukunft, wenn ihr wollt, auch noch ein bisschen erweitern. Schreibt das mal in die Videokommentare. Was heißt, dieses Skript kann, wie ich auch gleich noch erklären werde, keine Kommasetzungen und auch keine Zeichen oder so etwas. Und es ist auch nicht so richtig flexibel. Was heißt, wenn ihr das gerne vertiefen wollt, können wir da gerne in Zukunft noch ein paar Sessions machen. Da bietet sich noch jede Menge Potenzial an, das Skript da ein bisschen auszufeilen. Grundsätzlich legen wir damit direkt los, wie immer. Dieses Video ist für Fortgeschrittene. Was heißt, ihr habt auf dem Thumbnail schon gesehen, da sind viele Punkte. Was heißt, ich setze JavaScript, CSS, HTML ziemlich stark voraus. Was heißt, wenn ihr neu mit diesem ganzen Thema seid, bringt euch dieses Video wahrscheinlich nicht sonderlich viel. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen, Probleme oder Kritiken oder sowas habt, unten in Videokommentare schreiben oder auf Discord der Community Join. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, und los geht's mit dem eigentlichen Video. Ihr seht hier schon etwas, was wir heute bauen werden. Und zwar ist es dieser schöne Counter. Ihr seht darüber die Veränderung, also beispielsweise plus 11 und dann jetzt minus 16. Und ihr seht, das alles verändert sich. Es zählt runter bzw. hoch und das funktioniert so wie so Rädchen, die sich drehen, um die richtige Zahl zu suchen. Man kann das natürlich jetzt endlos erweitern. Beispielsweise unterstützt dieses Skript hier keine Kommasetzung bzw. halt Bruch, also 17,3 oder sowas oder in diese Richtung. Auch irgendwie Zeichen am Ende und solche Geschichten müsste man noch hinzufügen. Das ist jetzt alles nicht Teil dieses Skripts. Wir können das aber gerne in Zukunft erweitern, aber jetzt seht ihr schon an der Länge dieses Videos, dass es so schon relativ aufwendig ist. Und wie immer findet ihr das Beispiel unten in der Videobeschreibung auf CodePen, genauso wie meine Entwicklungsumgebung. Aber jetzt legen wir erstmal los mit dem eigentlichen Tutorial. So, los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Wie gesagt, ist das Ganze hier wirklich für Fortgeschrittene. Das heißt, ich werde HTML und CSS nur ganz rudimentär erklären und auch in JavaScript vieles voraussetzen. Also ich werde nicht erklären, was jetzt genau ich in dieser If-Abfrage oder in dieser Funktion mache, sondern ich werde so ein bisschen die grundlegenden Konzepte erklären. In unserem Index-HTML habe ich hier ein paar Div-Container, nämlich einmal ein Numberbox, dann diese Zeile, die hier drüber steht und unsere Numbers. Aktuell steht hier einfach nur ein Wert drin. Das werden wir später durch ganz viele Div-Container bzw. Spans ersetzen. In unserer Main-Sass style ich das alles einfach nur ein bisschen. Das einzig Entscheidende sind hier die Spans. Und zwar haben wir hier einmal Transform, Translate auf 0. Wir haben hier die Transition. Diese zwei Sekunden sind sehr wichtig. Was heißt, euer Intervall, der die Zahl später aktualisiert, sollte definitiv länger dauern als diese Animation, weil sonst kommt sich das in die Quere. Und hier unten ist ganz wichtig, dass der Span in einem Span 100% höher hat und dass das Ganze als Column definiert ist. Was heißt, wir werden das Ganze so aufbauen, dass wenn hier später einfach sechs Werte stehen und ich möchte jetzt, dass dieser Wert hier eine 3 bekommt, dann würden hier drunter eine 1, eine 2 und eine 3 stehen, die wir nicht sehen und die hier wegen Overflow Hidden des Parent Elements quasi ausgeblendet sind. Und wir schieben dann einfach nur diese Spalte mit Translate Y nach oben, indem wir einfach ein Minus Translate setzen. Und zwar hier zum Beispiel Minus 100, Minus 200, wenn wir die zweite haben wollen und so weiter. Was heißt, wir werden uns hier ganz lange Arrays definieren von einzelnen Zeichen, die wir dann einfach nur mit Translate nach oben oder nach unten schieben. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es später eigentlich ist. Ich hoffe, es wird klarer, wenn wir jetzt mit dem eigentlichen Code anfangen. Und zwar das Erste, was wir machen, ist, wir definieren uns einen Intervall. Dieser Intervall kann nicht sonderlich viel, sondern definiert uns einfach nur als Demo 2500 Millisekunden eine Random Zahl. Was heißt, wie schon gesagt, wir brauchen eine Random Zahl, Random Number, Min, Max. Den definieren wir uns jetzt kurz. Und zwar sage ich hier Return. Und die ganz normale Standard Min, Max-Funktion sollte jeder, der dieses Video guckt, schon mal gehört haben. Und hier definieren wir uns jetzt eine Differenz. Was heißt, eine Differenz und die besteht aus minus 20,20. Und damit haben wir jetzt eine kleine Differenz uns gebaut. Und wenn wir jetzt Document, Query Selector, All haben, können wir uns hier den Differenz-Container, geben hier in der HTML und geben uns hier die Differenz aus. Da jetzt wird sich diese Zahl hier oben verändern und wir werden uns hier jedes Mal die Differenz ausgeben. Das nächste, was wir haben, ist ein Value. Dieses Value besteht aus als erstes Pass Integer, und zwar old.join plus unsere Differenz. So, wir haben hier old.join. Woher kommt old und warum join ich das Ganze, wenn das Ganze sowieso als Value ausgespielt wird? Wir geben uns das hier jetzt einfach mal mit console.log aus. Das heißt, unser Value geben wir hier unten einfach mal aus. Aktuell sollte das undefined sein und im Prinzip einfach nur ein Error zurückgeben. Wie man sieht, funktioniert das. Und wir definieren uns hier oben jetzt old. Old ist einfach unser Startwert, den wir am Anfang fix setzen. Ihr werdet beispielsweise beim ersten Mal Laden aus der Datenbank old definieren können. Um das zu setzen, wir definieren uns das hier einfach so im Skript, und zwar mit create und dann number array. In unserem Fall sage ich einfach mal 223 ist unser Startwert. Und wir haben hier, wie ihr seht, eine Function, nämlich create number array. Und diese erwartet, wie man niemals erwartet hätte, eine Nummer. Und das brauchen wir nicht. Und geben uns hier jetzt einiges zurück. Was heißt, als erstes sagen wir, ist diese Nummer, die wir hier haben, negativ. Als erstes, wir erwarten, nö, ist einfach nicht negativ, erwarten wir einfach. Das nächste, was wir machen, ist, wir erstellen uns hier ein number array. Der geht ziemlich einfach, indem wir sagen number.toString. Was heißt, unsere Nummer wird zu einem String. Dann können wir nämlich den Split-Befehl anwenden. Und wenn wir uns das hier jetzt ausgeben lassen mit console.log und sagen jetzt hier einfach number array, dann sollten wir uns jetzt hier unten ein Array aus drei Werten, was heißt 233, zusammen definieren. Und das nächste, was wir hier brauchen, ist, wir definieren uns eine Vorschleife und sagen i gleich 0, solange number array.length kleiner 6 ist, was heißt, wir arbeiten aktuell mit 6 Stellen, soll diese Schleife weiterlaufen und uns hier einfach nur mit number array.anshift eine 0 für jede Stelle hinzufügen, bis es 6 sind. Und jetzt haben wir hier insgesamt 6 Stellen, das funktioniert schon mal ganz gut. Und das nächste, was wir hier unten brauchen, ist, wir geben das Ganze auch zurück. Was heißt, wir sagen hier einfach mal return number array.map, was heißt, wir mappen uns einmal kurz durch unsere Funktion und sagen pass integer, so pass integer x, was heißt, wir geben uns das mal zurück. Und das nächste, was wir machen, ist hier oben console.log old, was heißt, wir geben uns das Ganze mal aus. Und jetzt geben wir uns hier einfach ein Array von 6 Zahlenwerten aus. Das Problem ist aber dieser hier, und zwar, wenn ich hier ein Minus davor mache. Was heißt, hier steht not a number. Und das ist nicht gut. Was heißt, wir müssen hier oben jetzt erstmal abfangen, if und sagen hier number array, der erste Wert, was heißt vom Array der erste Wert, gleich, 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 minus. Was heißt, wenn das Ganze minus ist, dann setze this negative auf true und mache number.array und dann einfach shift, was heißt, entferne den ersten Wert. In dem Moment funktioniert das Ganze wieder. Wir wissen, aber es ist negativ. Und das müssen wir jetzt einfach wieder verwenden. Was heißt, wir wissen, okay, unsere Zahl ist negativ. Dann mach jetzt bitte hier number array. Nachdem wir es auf 6 Stellen aufaddiert haben, sagen wir hier unshift und sagen minus. Und wenn das Ganze nicht negativ ist, dann kopiere uns bitte diese Zeile und füge uns hier einfach unshift plus 2 hinzu. Und in dem Moment haben wir jetzt hier einen Wert, was heißt, hier vorne ist not a number, und unsere 6 Werte. Das ist aber so noch nicht korrekt. Was heißt, wir müssen hier in unserer Map-Funktion noch ein bisschen was anpassen. Und zwar sagen wir, wenn x gleich gleich, ups, gleich, komm, wo ist es? Gleich, gleich, gleich. Wenn x gleich minus ist oder wenn x gleich 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 plus ist, dann gebe uns einfach x zurück. Ansonsten mache weiter mit pass. Was heißt, in dem Moment sollten wir hier jetzt ein String zurückbekommen mit unserem Minus oder Plus. Was heißt, wenn das hier jetzt eine Pluszahl ist, sieht man hier wunderbar, ändert sich das zu Plus. Und hier hinten steht unsere Zahl. Bis 6 Stellen wird es unterstützt. In unserem Fall wollte ich aber, dass das Ganze bei 0 startet, sodass das unser Old-Wert ist. Und hier unten kriegen wir jetzt hier unser Value zurück und haben im Prinzip unsere Differenz plus den Value und können jetzt eine neue Funktion dazu erweitern. Und diese neue Funktion wird quasi die Animationsfunktion, was heißt, wir nennen das Ganze jetzt hier Animate, Animate Number und geben hier unseren Value sowie ein Dokument und dann Query Selector, zack, zack, zack und sagen hier Numbers. Was heißt, wir geben an unsere Animate Number-Funktion unser Div-Container, wo wir das Ganze später hinanimieren wollen, sowie unser Value, was wir darstellen wollen. Das Nächste, was wir machen, ist, diese Funktion muss natürlich erstellt werden. Das heißt, wir gehen jetzt hier oben hin und sagen Function, zack, zack und sagen hier Number und Element. So, das Nächste, was wir hier jetzt mit unserer Funktion machen, ist, das Ganze einfach mal zu generieren beziehungsweise dafür zu sorgen, dass auch irgendetwas mit unserem Code passiert. Und das Erste, was wir immer machen müssen, ist unser Element.innerHTML. Erstmal clearen, was heißt, wir wollen, dass in unserem HTML-Code nichts weiteres mehr drinsteht. Das Nächste, was wir machen, ist, wir generieren uns ein Number-Array, dazu nutzen wir wieder unsere Funktion mit Create-Number-Array und übergeben hier einfach nur unsere Number. Das Nächste, was danach kommt, wir haben jetzt unser Number-Array erstellt, wir brauchen danach ein Create-Number-HTML und diese erwartet unser Number-Array sowie unseren Old-Wert und unser Element. Diese Funktion müssen wir jetzt natürlich auch noch erstellen, was heißt, das bringt uns ja nicht sonderlich viel, wenn wir eine Funktion nutzen, die wir nicht erstellt haben und die erwartet Numbers, Old und Element. Und das Erste, was diese Funktion macht, ist eine Vorloop starten mit Let i gleich 0 und hier einfach nur Numbers.length und i kleiner Number-Length und i plus plus. Das heißt, wir laufen jetzt so lange durch unsere Vorloop durch, solange wir halt Werte in unserem Array haben und am Ende geben wir einfach nur unser Element zurück, was heißt Return Element und hier drin brauchen wir jetzt eine If-Abfrage mit einer Else-Option und zwar sagen wir jetzt hier drin, gehen wir jetzt durch unseren Array und versuchen im Prinzip so etwas hier darzustellen. Wir wollen ein Span mit 1, das ist zum Beispiel unser Startwert und wir wollen jetzt zu 4. Das heißt, wir werden später 1, 2, 3, 4 haben. Das wäre der Case, wenn wir von 1 zu 4 wollen. Also so würde das aussehen, wenn wir jetzt etwas haben, wie wir wollen von 8 zu 2, würde das Ganze so aussehen, 8,9,0,1,2. Was heißt, so würden wir uns das aufbauen, natürlich auch wieder in Spans und um das zu schaffen, müssen wir jetzt hier drin ein bisschen was konstruieren. Allerdings müssen wir als erstes sicherstellen, wenn wir hier vor ein Plus und Minus haben, soll das nicht in unsere Number-Array kommen, sondern hier vorne nur das Vorzeichen ändern. Das heißt, das Erste, was wir sagen ist, wir fragen ab ist none und gehen hier auf Numbers und nehmen die Number, die wir gerade aufgerufen haben und das Ganze müssen wir zweimal machen, was heißt nicht nur für Numbers, sondern auch für old. Was heißt, wenn old oder Numbers aktuell ein String ist und keine Nummer, dann wollen wir etwas laden und in unserem Fall laden wir eine Funktion, die kopiere ich hier einfach mal rein, und zwar sagen wir unser Element, wir wollen ein HTML-Element ganz am Anfang hinzufügen und zwar unser HTML-Element besteht aus einem Span mit einem Data-Value. Dieses Data-Value wird später im Prinzip die Distanz, wie viele Umdrehungen unser imaginäres Rad machen muss, um zum Ziel zu kommen und deswegen haben wir hier CalcDataSign, wo wir unseren aktuellen alten Wert und unseren neuen Wert übergeben und diese Funktion gibt uns später ein Array zurück und dann nehmen wir hier die Länge und diese Funktion wird hier mit Join zusammen ergänzt, sodass wir das, was ich hier gerade hatte, nämlich diesen Span Array auch haben mit Plus und Minus. Was heißt, unser Ziel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Zahl habe, die ist negativ, was heißt, ich habe ein Minus und möchte das gerne zu einem Plus haben, dann soll später ein Span erzeugt werden mit Minus und ein Span mit Plus und ich würde dann das Ganze um 1, also die Distanz um 1 erweitern, sodass wir das ganze Zahnrad 1 nach vorne drehen. Und um das zu erzeugen, haben wir hier, wie gesagt, eine neue Funktion, die sollte man natürlich auch richtig schreiben, Function, CalcSign, Old, Komma, Neu und hier geben wir jetzt einfach nur etwas zurück und zwar sagen wir, wenn Old gleich, gleich, gleich neu ist, dann geben wir, neu, dann geben wir einfach Old zurück, was heißt, wir sagen hier ein Array und sagen hier drin ein Span und sagen hier drin Old. Ups, ich habe die falschen Anführungszeichen genutzt, das ist natürlich nicht so gut. So, was heißt, wenn das einfach sich nicht verändert, dann wollen wir auch gar nicht hier eine Veränderung zeigen und sagen einfach, hey, bleib auf dem alten stehen und wenn es eine Veränderung gibt, was heißt, wenn wir zum Beispiel von Minus auf Plus wollen oder von Plus auf Minus, dann sage uns erst, es soll beim alten starten und soll dann das neue haben und in dem Moment haben wir hier quasi unser ganzes, ja, unseren Array hinzugeschrieben und wenn wir das Element, warum haben wir hier oben einen Fehler, irgendwo haben wir hier einen Fehler, ja, hier haben wir den Fehler, hier fehlt eine Klammer. So, und zwar wollen wir jetzt hier einfach mal console.log unser Element ausgeben, unser, zack, in dem Moment sollte jetzt etwas passieren, wenn sich das aktualisiert und zwar kriegen wir hier unser Element mit Span und hier seht ihr schon Data Value 1 und hier unten Data Value mit einem Plus, sodass hier ein Plus ist und wenn sich das Ganze jetzt verändern sollte, dass es irgendwann eine negative Zahl ist, sollte das Ganze zu einem Minus werden. Was heißt, das funktioniert schon mal. Was wir jetzt noch brauchen ist, wir müssen das Ganze umdrehen, sodass nicht nur unsere erste Stelle sich verändert, sondern unsere Gesamte sich verändert. Was heißt, wir brauchen das hier ein zweites Mal, allerdings mit einem anderen Wert und zwar brauchen wir hier eine neue Funktion. Warum hat er das jetzt gemacht? Okay, es will einfach den Wert nicht, den Funktionsnamen nicht korrekt kopieren. Dann schreiben wir den doch einfach aus und sagen function CalcDelta between Numbers, was heißt, wir haben dasselbe wie gerade eben und zwar haben wir hier Old Number und New Number und auch hier geben wir uns ein Array zurück, was heißt Return und zwar ein Array und dieser Array ist allerdings etwas komplexer beziehungsweise die ganze Funktion ist etwas komplexer als was wir gerade gemacht haben und zwar haben wir hier wieder ein Number Array und den definieren wir erstmal einfach mit der Old Number. Was heißt, die Old Number startet, wie schon vorhin gesagt, wenn wir von einer 1 zu einer 4 wollen, dann muss der erste Wert, den wir animieren wollen, muss die 1 sein und das erzeugen wir mit dieser Zeile. Das nächste, was wir machen ist, wir sagen einen Status, nämlich not found und dieser ist standardmäßig true und haben hier jetzt if old number gleich 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 new number, was heißt, wenn das Ganze, also der alte Wert sowieso der neue Wert ist, wenn die neue Zahl durch Zufall auch eine 1 als 1000 hat oder sowas, dann können wir auch direkt uns einfach etwas returnen und zwar unseren Number Array und hier mappen wir das Ganze jetzt einfach, ja, wir mappen uns das Ganze jetzt einfach mit x gleich und sagen hier Span, das heißt, wir haben einen Span und hier drin haben wir jetzt einfach unseren x-Wert und geben uns das Ganze zurück, was heißt, wenn das sich nicht verändert, dann müssen wir auch gar nicht weitermachen und können direkt damit arbeiten, wenn sich das allerdings verändern sollte, dann müssen wir jetzt mit einer While-Schleife im Prinzip so lange durch unseren unser Rädchen, unser imaginäres Rädchen drehen, bis wir irgendwann die richtige Zahl gefunden haben und das machen wir solange halt not found true ist und wir brauchen jetzt natürlich irgendeine Bedingung, dass unsere, also unser Wert not found zu true wird, was heißt, wir sagen jetzt if old number gleich 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 new number dann mach einfach not found gleich false was heißt, in dem Moment, wenn unsere alte Nummer unsere neue Number ist, soll er auf false machen, natürlich müssen wir jetzt irgendwie unsere old number hochziehen, was heißt, jedes Mal, wenn unsere Waldschleife durchläuft, addieren wir 1 auf unsere alte Nummer drauf und sagen, wenn unsere alte Nummer old number gleich gleich oder größer 9 werden würde, dann setzen wir unsere old number standardmäßig auf 0, was heißt, unser Rädchen kann ja keine zwei Stellen wie eine 10 darstellen, sondern eine 10 wird zur 0 und das würde die nächste Stelle um 1 nach oben drehen, was heißt, in dem Moment können wir das Ganze jetzt hier einfach mit number array .push und fügen jetzt hier unsere old number hinzu, was heißt, bei jedem Durchgang fügen wir unsere old number hinzu und wenn wir das Ganze gefunden haben, dann müssen wir exakt dasselbe machen wie hier oben, was heißt, wir gehen durch unsere number array und fügen für jeden Wert spans hinzu. Das Ganze sieht jetzt relativ komplex aus, ist es allerdings wirklich gar nicht, was heißt, wir haben hier unsere Nummer, das müssen wir jetzt hier und hier noch verändern und ich werde jetzt einfach mal hier unseren Element weiter loggen, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir gleich, was passiert. Und zwar haben wir jetzt hier eine Nummer mit ganz vielen Spans und hier haben wir zum Beispiel ganz hinten haben wir den Span 1 und hier haben wir den Span 5. Irgendwas passiert hier noch nicht, irgendwas passiert hier noch nicht. Geben wir uns einfach mal hier für jedes Element einfach mal diesen Wert aus. Das heißt, wir sagen jetzt hier mal console.log, zack, geben wir uns das Ganze mal aus, speichern mal ab, gucken, was passiert. Und zwar haben wir unseren Standardwert, der ist überall 0. Doch, es funktioniert, sieht richtig aus. Was heißt, wir haben hier unseren Standardwert, der sich verändert und hier seht ihr schon, zum Beispiel haben wir jetzt hier ganz viele Stellen, was heißt, diese Zahl verändert sich von 0 zu 8 und das verändert sich jetzt umso mehr wir haben, umso mehr verändert sich das hier auch. Dieses Element, was wir hier definiert haben, müssen wir jetzt allerdings noch irgendwie darstellen. Das heißt, wir haben hier oben ja schon unser create.html jetzt soweit fertig, was heißt, wir erzeugen uns das komplett. Das, was uns jetzt aber noch fehlt, ist das Ganze hier auch wirklich anzeigen zu lassen und das können wir ziemlich einfach, indem wir einfach hingehen und die ganze Geschichte jetzt animieren. Das heißt, wenn wir hier jetzt reingehen würden, seht ihr, wir haben hier die einzelnen Werte und ganz am Ende sehen wir hier auch, dass hier jetzt diese Werte untereinander stehen. Was heißt, ups, ich muss mal gleich ein bisschen schnell machen, so wenn es aktualisiert hat, sehen wir jetzt hier, machen wir das mal ein bisschen langsamer, sagen wir einfach mal 10 Sekunden bitte einmal durchlaufen lassen beziehungsweise wir können das Ganze einmal kurz ohne den Interval berechnen lassen, dass ich das erklären kann, was hier genau passiert. Und zwar haben wir jetzt hier unseren Wert berechnet und wenn ich jetzt hier reingehe und unser HTML angucke, dann haben wir hier am Ende eine 0 stehen, hier vorne haben wir eine 2, hier haben wir eine 0, hier haben wir auch eine 0, hier vorne haben wir auch eine 0, was heißt, wir wollen eigentlich darstellen 20. Und das passt auch, weil wir hier eine minus 20 haben und ganz vorne haben wir ein Minus, was wir darstellen wollen und ihr seht jetzt hier, dass das Minus noch nicht sichtbar ist, weil es noch hier unten liegt, die 2 ist auch noch nicht sichtbar, weil sie noch richtig weit unten liegt, was heißt, wenn ich das ein bisschen kleiner mache, seht man jetzt hier, die 2 liegt nämlich hier, also wirklich weit außerhalb, hier ist die 1 und hier ist die 0 und wir müssen jetzt quasi diesen Span nach oben schieben, sodass die 2 sichtbar wird. Und das Ganze müssen wir jetzt noch bauen, was heißt, ich schiebe das mal eben wieder runter und setze das hier mal wieder auf zweieinhalb Sekunden und zwar müssen wir das Ganze in unserer Animate Function machen, wo ist es? Da oben. Und hier müssen wir jetzt einfach nur noch im Prinzip die einzelnen Ticks, was heißt, die Umdrehungen unseres Rädchens hinzufügen, was heißt, wir sagen jetzt hier eine neue Variable namens Ticks und sagen, okay, wir haben hier ein Array, dieser Array wird später aus Element und dann Query Selector und hier möchte ich jetzt für alle, die letzte Woche aufgepasst haben, gerne mit unserem Data minus Value arbeiten, was heißt, ich möchte gerne unser Data Value nehmen und hier einfach minus 1 beziehungsweise muss ich gar nicht, sondern kann einfach sagen Data Value und wenn ich das Ganze jetzt hier auslesen lasse, habe ich ein Array mit Data Values, mit dem Attribut Data Values quasi und ja, eigentlich kann ich jetzt so damit arbeiten, was heißt, ich muss noch All hinzufügen, damit wir auch wirklich ein Array haben und in dem Moment sollte das Ganze jetzt funktionieren. Wir sehen hier, wir haben ein Array aus sieben Spalten, was heißt, unsere sieben Spans haben wir selektiert und können jetzt damit weiterarbeiten und sagen, hier oben als erstes mal ein Set Timeout und unser Set Timeout macht eigentlich nichts anderes, außer unsere Funktion ermöglichen, dass wir hier das Ganze auch animieren können später und zwar animieren wir das mit let tick of ticks, was heißt, solange wir ticks haben, sollen wir das Ganze animieren. Als erstes nehmen wir hier die Distanz und sagen, wir parsen das Ganze zu einem Integer und sagen tick. und get attribute und hier gehen wir jetzt einfach rein und sagen, unser Data Value wollen wir selektieren und wir ziehen hier eins davon ab und das nächste, was wir machen, ist, wir sagen tick.style, das heißt hier transform gleich Anführung, also translate und hier sagen wir minus und unsere Distanz mal 100 und das Ganze in Prozent und wenn wir das jetzt speichern, animiert sich quasi hier unsere Zahl jetzt hoch oder sollte sich theoretisch hoch animieren, tut es allerdings noch nicht. Warum tut es das nicht? Warum animiert sich das Ganze noch nicht hoch? Wir haben hier unser Data Value vergeben. Wir sollten hier natürlich auch ein Y mit dranhängen. So, in dem Moment, wenn ich jetzt hier reingehe, animiert sich leider immer noch nichts. Das kann ich mir nicht so richtig erklären. Warum macht es das nicht? Wir haben hier tick.get ups Wir sollten natürlich das hier auch korrekt schreiben und zwar nicht mit eckigen Klammern. Selbst schuld, wenn man nicht richtig schreiben kann. Und jetzt sollte das Ganze wunderbar funktionieren. Ja, und zwar jetzt animiert das das Ganze hoch und wir können uns das Ganze auch hier mal ansehen. Was heißt, wir seht hier 0, 0, 0 und hier unten dann minus 900 beispielsweise, wenn wir hier das Rädchen immer weiter nach oben drehen. Da muss ich das Ganze wirklich so vorstellen, wie einfach sieben Zahnrädchen nebeneinander, die man so lange nach oben dreht, bis man die richtige Zahl eingestellt hat. Also so funktioniert das Ganze. Und was jetzt noch nicht funktioniert, Ihr seht hier, das springt immer zurück auf 0 quasi und das ist nicht gut. Und das passiert, weil unser Old-Wert nicht geupdatet wird. Und das müssen wir jetzt am Ende nämlich noch machen. Und zwar unseren Old-Wert gleich unseren Number-Array. Was heißt, wir setzen unseren aktuellen Wert auf unseren Old-Wert. Das sollten wir oben jetzt zu Lett machen. Und in dem Moment fängt er quasi immer da an zu zählen, wo er gerade ist. Was heißt, er startet jetzt hier mit 1. Ihr habt es gesehen, es dreht sich hoch. Zum Beispiel jetzt auf 0 bleibt gleich. Jetzt minus 20, dann dreht sich das hier vorne auf 0. Und hier hinten bleibt es gleich. Und ihr seht jetzt, das Ganze verändert sich wunderbar, je nachdem, wie sich die Nummer verändert. Wie gesagt, das Ganze ist eher ein bisschen Rumspielerei. Man müsste, wenn man das Ganze richtig nutzt, definitiv noch Kommazahlen unterstützen. Und vielleicht so etwas wie hier am Ende, so etwas wie ein Dollar oder ein Eurozeichen oder so etwas. Wie gesagt, wir können das gerne in einem zukünftigen Video mal erweitern. Aber dieses Video geht jetzt schon über eine halbe Stunde. Und daher denke ich, dass das soweit erstmal ganz interessant war. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr ohne Videobeschreibung jede Menge Social Networker. Da könnt ihr mir einfach mal schreiben. Oder ansonsten einfach auch unterstützen auf Amazon, Affiliate oder auf anderen Affiliate-Seiten, die dort verlinkt sind. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.